aggressiven support sagt Winnie und ich damit blablabla begrüße euch zu einer weiteren Folge League of Legends mit dem aggressiven Supporter Winnie Achtung, der hat Läuterung gekauft und ich möchte mal heute Silvia zocken, denn die gegnerische Team hat... Warte, die kann man Läuterung kaufen? Hä? Die kann man Läuterung kaufen? Haben sie nicht gekauft. Dorans Blade habe ich gekauft und... Nein, Läuterung. Erläuterung hat sie gewählt in einer Champions-Selection. Achso, ok. Kein Problem. Und ich habe einfach mal gedacht, ich pick mir Silvia gegen Kate, weil ich kann erstens ihre Ulti damit dodgen. Waaaaaah! Und zweitens... Kann ich, ähm... Mir immer schön viel Mana holen, da ich einfach mal durch die Fallen durchlaufen kann mit meinem E und auch den Q dodgen kann. Und die Fallen sind, by the way, das W. Nicht das E. E ist nämlich das Netz. Ja! Ähm, außerdem ist das eigentlich ganz cool so. Ich meine, ich kann meine Ulti anschmeißen und dann läufst du schneller und dann kannst du ranlaufen und so, weißt du? By the way, mit Artox ist das nicht ziemlich geil in deinem Champion. Ja! Oha! Anglos Tempo, Boost, Buff, wie auch immer. Alter, was sind denn hier für kranke Champ Open? Na, so! Oh, wo ist er? Oh, oh! Oh, oh! Wo hat er die Passivostboot? Ah, da fliegt aber keine Leben! Nee, nee, nee. Ah, da ist Falsches Skater manchmal auf jeden Fall. Das passiert, wenn man zuerst skait? Ja. Der hat auf jeden Fall Wege gebaut. Bisschen schade, dass die Passiv jetzt draußen ist. Und ich denke mal, der andere Typ hat Kugelskilled und diese Keule und auf einen Single Target schleudert das nämlich dreifachen Damage rein. Ja. Hä, aber hätten wir auch der Betränke gewastet, oder? Weh! Nein, doch nicht, oder nicht. Geh weg! Da habe ich das Gefühl, dass Aatrox fehlen wird. Ähm, aber wir haben, guck mal, Aatrox ist free eigentlich oft als Bann. Fizz ist free auch oft als Bann. Na, so ist, na ja. Ja. Aber ich frage mich jetzt ehrlich, wer hat dann gebannt. War das hier mit dem ersten Heimatlinger gebannt? Ja, ich glaube stimmt, hier wurde Heimatlinger gebannt, ne? Oh Gott, bestimmt auch nicht. In die Schlacht! Jano ist noch nicht in Sichtfeld. Hast du ja mit Red Pot angefangen? Ne, habe ich nicht. Lass Jano. Ich werde gleich mal versuchen mit Level 2, 3 Jano umzubürsten. Wie sind wir Jano? Sitzgeschiss. Die Ehre aller! Der zwar dem weniger und hat keine Barrier. Hm. Uh, da schaltet sich mein kleines Ward aus mit dem Pinkhorn. Wow, da haben sie meinen Keks geüßt. Du hast gerade einen Keks geüßt? Ja. Back, 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 sorry, sorry, sorry. Sorry. Denn ich hatte gerade mal einen Q draußen, aber sonst sehr gut gemacht. Können wir sie auch umhauen hier oben. Lass euch ihr Leidnetdut geben. Bist du da? Ja. Ja. What? Diese Bitch, ey. Kriegt sie nicht. Dich kriegt sie nicht. Hm, na gut. Ist Jano halt weggelackt mit einem Leidnetdut? Ja. Ja, stimmt. Das war eigentlich einfach ärgerlich, ne? So. Nichtsdestotrotz kann ich mir in ein paar Sekunden... Ja, weiß nicht. Vielleicht hätte ich auch nicht hinterherflaschen sollen. Nach was sie entkommen lassen sollen. Ja. Wer nicht gestorben. Ja, ja, okay gewesen. Hab ich das nicht gemacht? Weiß auch nicht. Aber da ist schon nett der Damage so von dem Q. Oh, das wird ein guter Gang. Gank bitte. Ja, wenn die ganze Zeit hier auf der Lane ist und so. Konntest du denn Geldschirm gewidt? Oh, diese Kälte ist weil er über uns. Ich hab Items. Ich hab Angst. Mach bitte. Back to farming, back to farming. Sehr gut. Freu ich mich. Okay, ich glaub wir können pushen. Weil sie wird backporten. Such mal eine Falle für dich. Sind... Ich hab genug Mana grad. Na, hab ich extra mit Level 3 äh... Schön mein Dings geskate. Nochmal mein Q. Das hat natürlich dann schön geknibelt. Die wartet auf Dings. Oh, der ist langes Ward. Das ist sowieso schwer. Aber auch genannt. Ah, hier ist ne Falle. Ja, ist ja okay. Ich hab grad auf CD. Kann das halt nur so machen, wenn ich echt mal andere Probleme hab. Weil ansonsten sollte ich schon zusehen. Achtung. Achtung. Das Ward. Vielleicht so von Backstratzen. Für die Ehre aller. Willst du auch ein Lane Ward stellen? Nö, ist okay. Okay, da haben sie hier unten reingeholtet. Das ist gut, dass es immer noch nicht Back ist, ne? Finde ich ganz gut. Hast du hier noch einen Pick? Hast du selber noch einen Pick dabei? Ne, hat sie nicht. Vertreibst du immer aus dem Gebüsch da. Wollen wir das kurz lasten oder was? Für die Ehre aller. In die Schlacht. Oh, ich hol mir kurz Mana. Eine Falle, eine Trap. Hallo. Auf, auf. Du hast schon wieder. Ich hatte mein Quark. Ich bin jetzt für das Ward. Danke. Ich wollte gerade sagen, ich muss den anderen angreifen. Na, die saved einfach nur. Die sagt auch ihrem Kollegen, ja, spielen wir definitiv. Ich brauche nur ein bisschen Gold. Sie müsste es auch haben, eigentlich schon. Ich habe nämlich auch schon wieder 1000 Gold. Hecarim! Okay, die Nase kommt noch auf, noch. Da zieh, ey. Hat seine Ultimi gefailt. Vorher nicht gefailt. Ehrlich? Kann die ihnen fehlen. Fizz wird von Swain gekillt. Danke fürs Mana. Pass auf, die hat doch auch die, ne? In die Schlacht. Wenn die genug Dämpisch einhauen, dann ist sie dead. Ich habe die gerade fast gekillt. Ich denke, ich habe den Dunger. Nein, du wirst. Für die Ehre aller. Ich muss back, ne? Die Jagd beginnt. Ist sie wieder noch ein bisschen geknechtet. Oder weißt du was? Da sie backporten. Und ich gerade sowieso einen blöden Goldwert habe. Engage ich. Ich merke sie noch mal ein bisschen. Du sagst, wenn du sie solo killst, ne? Knapp. Oh, wer jetzt killt? Weißt du? Ja. Ist da irgendwo noch eine Falle? Ja, klar. Kannst du gleich bleiben. Ja, noch schwer da. Könnte ich da nicht rumtasten. Hab gerade gar keine Ahnung, warte. Auf, auf. 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 Müssen wir uns echt behalten. Nice Scheiße, ey. Geil gemacht. So, jetzt aber schnell, schnell weg hier. Das war nice. Mach aber auch einfach so viel Damage von deinen Spells, ne? Kommt auch viel, ne? Kommt was zusammen. Ist auch zurückgekommen? Nix bei mir. Okay. 6-3. Sieht gut aus. Wenn wir diese Runde gewinnen, dann sind wir, by the way, äh, Silber 2. Okay. Silber 3 ist ja schon mit dem Anfang, ne? Sind wir schon mal ein bisschen weiter drin, auf jeden Fall im Rennen. Was? Ich sterb's nicht, oder? What? Du stellst dich nicht davor. Ja, Vini, weil du genau dasselbe gedacht hast, dass du nicht stirbst. Oder wusstest du, dass du stirbst? Niemlich, unbedingt. Aber ich bin sicher. Ich hab nicht so viel Damage davon tanken wollte. Du hast doch deinen E-Aktivieren, oder? Ist auf CD. Okay. Die Jagd beginnt. Ja, wie viel Geld war das? Der zweite, okay. Oh, was ist hier so heftig gefarmt? Oh, was ist hier so heftig gefarmt? Was ist die Sau denn so heftig gefarmt? Schon ganz gut gefarmt, ne, die Alter? Ja, die ist gut gefarmt. Macht sie gut. Soll ich die ready, ne? Jo. Ist alles ready, ne? Bei mir ist alles ready. Soll ich irgendwo pinken? Da ist ein pink drin. Da rein? Da ist ein pink drin. Auch schön. Also ist Hackerung grad Mitte? Gut. Dann können wir hier dann mal was machen. Ja, jetzt. Geh auf sie. Geh weg. Oh, fuck. So ein Pisser, man. Achtung, pass auf, wieder mit. Ihm da, genau. Nein, kacke, wie viel Leben hatte ich? 500, das war nicht viel, ne? Das hätte fast meinen Boomerang killen können. Aber eigentlich nicht ja gut. Aber immerhin 4-2, also sieht ganz okay aus, wobei. Ah, die hat 2-0-1, ist okay. Ich habe jetzt mal ein Dings fertig. Arthogs 3, ne? Gefällt mir. Gegen Mordekaiser ist aber auch komischer Pick, finde ich. Oder? Der Pick dagegen? Ja. Mordekaiser. Mordekaiser, muss ich auch ehrlich sagen, ist ein bisschen broken. Kackel ist grad zu broken, Alter. Echt doch. Wir nutzen ja auch viel immer den Supporter, ne? Der Supporter kommt irgendwie dann dafür auch zu nichts. Sehr gut. Hat er keinen weiteren Autoteck gemacht. Ah, ich will. Ich habe kurz meine Tränke sortiert. Auf, auf! Auf, auf! 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 Terminiert, uuuh, er kriegt da sogar mal einen Kill. Ich glaube, alle Flames ein bisschen jetzt fiss, weil er, ich weiß nicht, ich kriege die roamed, oder was ist das Problem. Okay, pass auf, Kate hat jetzt ganz gute Items, ein bisschen bessere Items als ich. Oh, ich glaube, ich habe sie übel. Na, geht. Achtung, kommt schon wieder Hacker. Weg, weg, weg. Der Hacki. Sehr gut geworden. Egal, da werden die wenigstens nicht mehr weggetrieben. Uuuuh, was geht denn da jetzt gleich ab? Ah, es wird gleich ein dicker Kampf. Ich spüre das. Sehr gut rausgelaufen. Wir haben ja getradet ganz gut, Agni, oder? Drei, drei. Also, ganz gut. Kate hat Kate aufs Maul bekommen? Ne, lebt ja nur. Ah, kommt schon wieder ihre dreckigerer Supporter, oder was weiß ich, wie er nicht mehr klatschen kann. Klatschen kann, klatschen kann. Backporten und so? Ach so. Da muss die Kälte nehmen, wenn die ganze Zeit auch noch dick ist. Was war das denn für ein Nap, ey? Wieso ging der da rein? Wieso ging der da rein? Ja, das ist Kälte. Nicht 10 Kälte. Sehr gut. Ne, ich glaube nicht, ne? Er hat den den Dings halt eiskalt mit Kuh. Ja, ganz schön riskant. Guck grad ganz normal, wie das goldtechnisch aussieht. Ja, doch, doch. Da können wir ruhig zurückgehen. Kate, wie macht ihr das, dass sie sich so krass farbt? Ich fahre gleich. Sie ist gut, die Kate, ne? Ja, aber du machst im Endeffekt mehr damage als sie? Ja, also mit deiner Hilfe auf jeden Fall, weil wenn ich einmal mein Kuh da komplett durchfliegt, das tut schon ganz gut weh. Also jetzt im 1-1 würde ich sie nicht bekommen, aber so ein 2-2 denke ich schon. Da hilft sie doch. Achtung, Hacker. Soll ich Ulti zählen? Okay, erwischt hast du ihn, ne? Naja. Wieder einen so lang gesungen. Sicherheitshaltig, wenn er möchte ich mit der Ulti halten, dann wird er tot. Die Jagd beginnt. Ja, er hat ihn gut. Wie ist der? Sie sehen, wie die Kate in sich in Position gebracht hat. Ja, war ganz gut von der. Der Jäger, die regt auf. Geh weg. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Das war ja nicht schlecht. Bei der Exhaust-Achtung, der dauert nicht mehr für Leben. Ich schmörf da. Die zockt echt gut, ne? Gold 5 ist sie, ne? Die spielt doch besser als Gold 5, ne? Gold 5 ist die Gute. Aber das kann nicht nur Gold 5 sein, Freunde. Das ist mehr als nur ein Gold 5. Ach du Scheiße, was geht hier oben? Ich schmörf da. Nase ist auch drin. Die sind die Gute. Ja, beginnt. Ich schmörf da. Und die sind die Gute. Wie geht's denn? Ich schmörf da. Komm, komm. Ja, ich schmörf da. Dann kann ich weg. Ich schmörf da. Ich schmörf da. Dieser Arthrox war ganz übelst nervig, der gestorben ist wie ein Morde-Kiter. Puh, das war knapp. Aber da habe ich wohl einen entscheidenden Spell gedodged, seine Ulti war draußen und ja. Aber es ist immer so, man kriegt immer als A die Carry von so einem Topman richtig auf die Schnauze. Muss man sagen, mein Damage war auch nicht schlecht. Okay, das ist hier unten. Im Sturmschritt! Ach, hier bin ich fucking bad. Sehr gut. Für die Ehre! Ich habe immer schwirren gebaitet, finde ich. Ich hole kurz die Lane. Bring kurz die Lane mit! Kann sie nicht töten hier oben? Ich habe schon Nasus! Knöppel! 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 Sehr gut! Ach du Kacke, da kommen schon wieder alle! Morde Kaiser mit seinem Freund Arthrox! Ne, will ich nicht machen! Der Arthrox ist mächtig! Sehr mächtig! Ich merke das auch selber! Boah, guck mal, Kade ist auch nur am Farm! Merkst du das? Jetzt geht sie auf die Topman! Ja! Und ist da weiterhin beschäftigt! Keine Erfahrung! In die Schlacht! Rathrox baut er schon wieder ein bisschen defensiver! Hecarim 416 steht da ganz gut! Ansonsten ist ja eigentlich nur die Catelyn gefährlich, ne? Finde ich? Morde! Wie steht der? 4, 5, 3... Ist hier in Ordnung? Oh oh, Achtung, der Typ ist wieder bei mir. Ja, sehr schön, ein Auto-Attack hat mich da ein bisschen da wieder gerettet. Aber insgesamt ist dann doch ganz gut ausgegangen. Weil ich halt diese Verbrennung drauf hatte. Das war natürlich recht nervig wieder. Goi-technisch stehe ich so, dass ich mir jetzt denke ich... ...die Boots nochmal schnell upgraden kann. Oh, da geht er rein, da geht er rein, da geht er rein. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Kriegen die Schweine auch ein paar Tor von uns hier. Das sehe ich aber gar nicht ein. Sehr gut, Arthrox. Nein, Arthrox klärt. Sie wirken die eigentlich ganz cool. Ja? Wieso spielen die so wenige? Kein Escape? Kein Escape? Kein Escape? Das ist ungefähr ein schlechter Grund, den ich gegen ihn gehört. Haben wir da das Support-Altern? Nee, die, ne? Wo ist die Kate, wo ist die Kate, wo ist die Kate? Nein, 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 nein! Uuuuuh! Nein, wir gehen gerade ab, Freunde, wir gehen gerade ab. Der Flash, der Flash. wieso wieso du muschi die kälte hat sich gerade mehr oder weniger selber gekillt weil sie da ja ihr teil ausgepackt hat für ihren headshot da für ihre ulti das war ja nicht machen sollen doch dann gehört um ihr dafür mordekaiser ist auch da und dann kriegen sie noch ein kill die gegner ne wir wo ich seh es ich seh es ich seh es schön da hat er schön die range bekommen durch die ulti ne ja 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 aber wie der mordekaiser trotzdem abgehen der wird abgehen der wird trotzdem abgegangen ist gegen den nasus ja na das hat nicht so viel schade stimmt schon ja allein wenn du das item hast mit dem spellblock plus das hier noch ich meine dann kann es ja gar nicht mehr getroffen werden welches das hier schleider tot ist wie ja ja das ist schon schade wer ähm geht immer auf dich hin mit dem fall ähm hacker oder ja größtenteils swain ist irgendwie der geht einfach rein und versucht alles weg zu farmen in die schlacht richtig der hat auch noch bis jetzt gar nichts an der mensch kommen der hat gar nichts geistet sich dass er sich die jetzt schon ausgebaut hat das macht ihn jetzt so tanky aber dafür kein damage wow wie haben die denn da hart aufs engage ein bisschen oh das hat weh das hatte ich ihm so schnell card gemacht die passiere wenn ich einen auto attack auf dem champion lande ja ja ich krieg zwei sekunden lang 50 ich glaube nicht ich habe meinen pink ward nicht mehr ich wollte nur gucken ob sie einen pink hat was haben um alles auszustellen uuuu nice hier er kann doch noch ok alter ich mach einen fucking damage ich weiß ich auch wenn du deinen damage gemustet wer arthrox mhm 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 k mhm 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 mal mhm mhm ja mhm mhm wuh mhm mhm Tänk den Kram ruhig hin. Komm noch auf das Motto, du darfst ihn. Komm schnell. Komm mal. Ist nicht klar? Schade. Ich glaube Back lohnt sich für mich noch nicht. Ich bin lieber noch mal ein bisschen hier irgendwo aktiv zum Gange. So ein Q zieht halt richtig übel, ne? Oh, 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 oh. Ja, Nasus auch, aber Nasus stirbt auch. Ach so einer von seinen? Ja. Das sieht ja auch gut aus. Den Nolen zieht er schon gut. Wir haben Fiss im Team? Ja, ja. Noob Fiss. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile aufgeholt hat? 3-7-7. Ach so komische Welt. Aber man hat es vielleicht auf sich das nicht gewollt Gegen Swain, das hat ja auch gut gemacht, das ist eigentlich ganz kleiner Na, A-Track stirbt, das ist wieder weg Ich verstehe auch nicht, was er da... Ja, Passiv ist auch mit draußen, schade Das hätte nicht sein müssen Stop throw Jetzt geht das wieder los Mal aufzuwerfen Ich würde ein Bale stehen auflaufen Ist ein Win Ja, das ist gut Das ist das Team Nein, das ist zu gut Er hat vielleicht gar nicht wieder Ah, mein Damage ist ein bisschen heftiger Und das war mir halt richtig verkackt, den Gate Oh, Fizz hat die Gate nicht geholfen Ah, Fizz, ne? Das ist aber noch nicht Fizz Wenn nicht Fizz Wäre er dann Wollen wir Swain holen? Ich weiß nicht Naja, lass uns da stecken Ja, ja Naja, hier hat ein Ja, ja Naja, hier hat ein Ja, ja Ja Mach, bisschen der Wettbewerb Das ist ja Ja, ja Ja 40. Ich gehe ja die Toplane pushen. Ein Pushing Toplane. Hab du Kriegsbesuch? Ja, ich glaube auch. Bisschen mehr sogar, ne? Ja. Caitlyn, 270er Farm. Hat jetzt aber ein bisschen nachgelassen, ne? Mensch, da waren sie ein bisschen schnell da. Bisschen Jana passiv halt, ne? Das wird rechnen, ne? Ja stimmt, Jana passiv, stimmt. Da waren sie ein bisschen schnell da. Kurz Hand an der Nase. An der Nase am kleinen Johannes. Nase. Nase. Ne? 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 Wat die stereotypen, was wer hier quotationen Phone macht. Wollt man DAS denn? Ja. Jaucach Vamp that then. Really? Im Stummfil. Okay. Ja, Nasus sagt, don't throw. Dann lassen wir es halt eben dem Throne. Ohja, Redbuff finde ich das. Der Redbuff könnte ein bisschen der win sein find ich. Wie siehst du das? Ja, Nasus, du musst das nicht angucken. Wahrscheinlich um den Timer zu haben. Für die Ehre aller! Ich hab das mal alles ein bisschen abgerodet. Ja, guck mal. Er sagt dort, es ist Dotfro, aber fängt euch nicht an, lautet das nur. So, komm her. Die Jagd beginnt! G8, dann kommt es noch hier. Hat mich egal, so auch. Fanta, Fanta! Drogo, das kann ein Peta werden! Das kann ein Peta werden. Wie kannst du das missen? krank ey, scheiße ja, weiter pushen push, push, push boah, wir sind auch nicht die letzten beiden, die überlebt haben ja, ja schade sie hat auch die Raketenboots ja nicht manchmal werden die Raketenboots an aber ich meine, sie hat einen Barrel, ne? geh weg können wir jetzt fighten können geh back mit das, geh back ach, wegen Hacker und Hacker alles klar das war ein taktischer Disengage ich finde, es war ein Damage ganz nett, es war ein Looter ist da oder ein Phantom Dancer Phantom Dancer Phantom Dancer doch, ich bleibe auf dem Leben halt doch doch, gegen Swain und Mordekaiser nein, die fokussen sich nicht da ist nicht ein defensives Item ja, da muss ein defensives Item hin sonst verkacken wir jetzt gleich noch wieso kein Red Pot kein Money dafür hast du gesehen, wie der Hacker weggeflogen ist? ja, ja, das ist lustig dabei war stehen, ich beschütze dich nicht ich beschütze dich nicht, ich beschütze dich nicht ja, das ist ne gute Idee kommst du, kommst du, kommst du wenn ich hier gerade nicht mitfalle wenn ich hier nur ob ich geile mich zu sehen wir chasen gerade, ist das gut oder ist das nicht gut? also das ist gerade scheiße, wenn wir gerade die 3 gegen 5 noch haben so, ich nehme dann No that ich habe einen Hörbein man muss schade ja das war gerade gar nicht so schlecht gezockt glück gehabt dass die die caitlin gerade eben so in den rücken gefallen bin weißt du und boah du mordekaiser und pecker und meiner gar nicht so bekommen oder kannst du ruhig in geld hat man vor wem fürchtest du dich mein kind Hackerarm ist ein Kind. Lächerlich. Wohahaha, deine Waffen sind nutzlos. Gut, dass ich hier, glaube ich gerade eben Dings hatte, weil ich hatte Swain plus Mordekaiser auf mir. Vielleicht war meine Dings, da hat ganz praktisch meine Magic gesetzt. Meins etwa nicht? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Entschuldigung, wir waren hier gar nicht. Ich habe zwei Argus geplant. So. Full build, by the way. Das fühlt sich doch gut an. Noch drei Wards mitgenommen, by the way. Kate hat jetzt auch eben Baron Buff verloren, by the way. So, jetzt together und don't fail, etc. Then we can win this shitty. Das Problem ist, dass ihr da jetzt langsam bemerkt, dass du vier Schaden hast. Und die Hit-Focus. Also, also, Sadinu da, dann darfst du noch ein neuer Verlust. Also, Sadinu da, dann darfst du noch ein neuer Verlust. Also, Sadinu da, dann darfst du noch ein neuer Verlust. Also, Sadinu da. Also, Sadinu. Behind. Na ja, es geht jetzt. Bisschen besser geworden. Wow. Deine Aufgabe ist nicht zu kämpfen, sondern zu fighten? Was machst du? Hä? Deine Aufgabe ist nicht zu kämpfen, sondern zu fighten. Das ist dasselbe. Nein, dass du abhaut. Unser Team ist noch gar nicht da. So. Ich habe dich die ganze Zeit nur beschützt, damit du abhauen kannst. Wenn ich die ganze Zeit meine Spezlein haue und auch darauf engage hast. Ja. Du weißt schon, dass du durch Auto Detects Move-Fan Speed bekommst. Aber nicht wenn du was hast schien bleibt. Ben, ich habe mich mal weiter bewegt. Ja, nicht so. Oh, der war gut gemacht. Oh, da lag hier, dass er die Passiv noch hat. Ah, die können gut kalt, die beiden da zusammen. Killt ihn. Ah, jetzt sterben die beiden. Ich sag's. Kannst du bitte über die... Ey, ich wusste es. Ich wusste, dass die jetzt beinahe abkippen. Aber alle drei Seiten oben. Ja, das ist echt ganz gut. Und Baron. Baron Freespawn, oder? Ja, ist jetzt. Ja, ist jetzt. Der soll es eigentlich nicht so sein. Ich brauchte ja nochmal neuer. Eigentlich ein Win jetzt. Oh, ich versuche nur Baron. Können sie aber eigentlich nicht, oder? Da können die. Rushen den, oder? Da haben sie jetzt keinen Slide, aber wir haben auch einen Slide. Da darf man seinen Fisch übergaben. Wieso nicht? So gut. Gib Gusion. Okay, passen in der Base. Was känt denn hier? Keine Ahnung, wo die ist. Dann machen wir jetzt hier, allerdings. Dann rushen wir den jetzt kurz. Was? Hast gewartet? Ja. Sieg los. Wieso sollten wir weggehen? Nein, 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 nein. Lass ihn überpushen, bevor die Dinger respawnen. Oh ja, den brauch ich sehr, sehr dringend. Vielen Dank. Spotlane pusher, oder wo? Nein, hier. Komm, bleib rein. Wieso Mitte? Wieso Mitte? Was bedeutet, wieso? cedan für den rechten Tate. Der lecker durch. Da geht es um den Kugel. Da geht es um den Kugel. Da geht es um den Kugel. Das ist ein Win. Das ist ein Win. Der Kugel. Hast du dich an die Minions, oder? Oh, nice! Silber 2, Winnie! Schlag ein! Gaylord! Danke fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Ciao!